Und damit dann hallo und herzlich willkommen zurück. Ich finde das relativ gut, wie wir das bisher gemacht haben. Es gab ja jetzt den großen Reveal. Das war nicht gut, warte, 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 laden wir nur kurz. Aber es gab ja den großen Reveal Trailer mit Gameplay und neuen Sachen, nur ein bisschen Sachen bezüglich der Phantom Liberty, dem neuen DLC, der dann Ende des Jahres rauskommt, Preis ja auch. Keanu Reeves war ja dann bei Microsoft viel gewesen und hat da alles München erzählt. War total cool, dass er da eigentlich saß noch mit. Wobei es halt immer fragwürdig ist, wie viel ein Schauspieler halt dazu sagen kann. Ja, aber war ganz lustig gewesen. Dann hat er so ein bisschen was erzählt, wie das ist und ein neues Stadtviertel und so weiter. Aber was interessanter war, waren so die ganzen Extra-Details, die man bekommen hat. Und zwar, dass sich von der Spielmechanik her vieles ändert, neue Fähigkeiten. Das ganze Fähigkeitssystem wird komplett überarbeitet. Das Polizeisystem ist ein ganz anderes, ein neues, was es dann da entsprechend gibt. Und das ist schon, ja, ich muss sagen, jetzt aktuell so ein Ding, wo ich mir denke, okay, macht es jetzt Sinn, dann eigentlich jetzt hier noch weiter zu zocken? Oder sollten wir hier warten? Es gibt auch neue Missionstypen und so weiter und so fort. Ist auch schön. Von daher... Schwierig, ne? Ah, Panam. Hier liegt ein Mädchen. Tod. Ausgeweidet. Und ich glaube nicht nur wegen ihres Chroms. Verfickte Refine! Seelenlose Pisser! Für diese Wichser gibt's keine Grenzen! Ah, scheint so. Okay. Oh, wir haben einen Aufstieg. Dann gucken wir mal. Haben wir da Vernichtung, Level 7. Ach, nicht das. Ähm... Was haben wir hier? Was haben wir hier? Gewehre, Handfeuerwaffen, Klingen... Könnt mal gucken, bei Athletik, was haben wir denn hier? Wallschaden... Okay. Ah... Ist halt die Sache, ob das jetzt... Wir müssen eine Straßenschlägerei machen, siehste? Wir hatten gerade einen. Stumpfen Waffen? Ne. Erzählen die Fäuste als stumpfe Waffen? Ah... Gute Frage, ne? Das ist eigentlich eine gute Sache. Das kann man mal machen. Achso, haben wir hier irgendwas durch? Achso, wir kommen mal kurz in den Tag. Und so ein bisschen... Was haben wir denn hier? Irgendeine bessere Pistole? Ne, sieht nicht so aus. Nur diese komischen Gewehre. So... Ne... Tech-Schrottschlinte gab's auch nicht. Das ist eine Smart-Schrottschlinte. Hm... Ich mag diese Smart-Sachen irgendwie immer nicht. Ich würde sagen, wahrscheinlich hier bei den... den Messern oder sowas, ne? Ja, genau. Guck mal, das ist was Neues. Zerlegen... Die ist besser. 410. Puh, okay. 410 ist jetzt schon eine ganze Ecke mehr, ne? Und die ist auch noch episch. Na, dann wechseln wir die aus. Das hier. Bauerschrottflinte. Die gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Ähm... Ich übernehme jetzt mal hier den Schalter mit drauf. Ich finde die halt hübscher. Aber wenn wir die vergleichen... Das muss eine Tech-Schrottflinte... Weg damit, ja. Das hier auch weg damit. So, Item-Herstellung. Haben wir jetzt irgendwas, was ich herstellen kann? Ja, wir könnten hiervon eine neue herstellen. Die hat dann 411. Oder was brauche ich? Was brauche ich hier für... Seltene Item-Komponenten. Jetzt zerlegen wir mal den Rest. Vielleicht haben wir ja Glück. Außergewöhnlicher, wenn nichts selten ist. Das muss halt schon ein besonderer Gegenstand sein, ne? Ah, noch seltene Upgrade. Ja, wir müssen gleich mal schauen. Oh, die sind besser. 43. Sonst aber nichts, oder? Rucksack kurz gucken. Das sind die hier seltene Item-Komponenten. Das sind irgendwelche Mods. Kritischen Schaden. Ja, das will ich nicht. Das ist nicht tödlich, das ist doof. Schaden bei Kopfschüssen um 10%. Da müssen noch seltene Komponenten bei rumkommen. Ach, komm mal hier. 18 haben wir jetzt. Muss ich eigentlich nur noch was seltenem Aufschau halten. Ähm... Ist der verwendet oder nicht? Also diese Gorilla-Dinger möchte ich eigentlich nicht benutzen. Wie viel gibt's da? 21. Was brauchten wir? 27. Okay, das ist super. Dann kriegen wir das vielleicht sogar gleich hin. Ha! Gorilla-Arme. Jetzt haben wir 24. Was ist das hier? Ja, Berserker brauche ich auch nicht. Was ist das? Klinge. Sandefestaner sind. 26. 27. Sehr schön. Aber... Technik-Genie muss ich haben. Was ist jetzt das hier? Stufe 12. Oh, ist das mies. Da haben wir schon echt coole Möglichkeiten. Und können das nicht. 350. Ist nicht so gut. Kein Rezept für... für eine Blanche-Buschelte, ne? Hm. Die könnten eine coole Klamotte herstellen. Oh, da doch nochmal hier nachgucken. Ich tendiere dann dazu, dass wir vielleicht hier wirklich eine Klamotte herstellen. Was ist das hier? Warte. Okay, machen wir mal hier. Nicht so viel gebracht. Ähm... Upgrades. Sehr schön. Na gucken wir doch mal. Schlechter sogar. Ikonisch. Ja, ich möchte das bitte zerstören. Ich habe sie gerade auch hergestellt. Das ist ätzend. Aber dann könnte ich die hier nochmal verbessern. Das ist krass, wie lange das dauert, bis man hier auflevelt, ne? Hm. Also noch mehr herstellen. Und... Speichern würde ich sagen. Tja, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Tja. Tja.